und die berliner und die landet zusammen oder so werden wir genug häuser ich habe eine pistole bei mir sein alles wo bist du bist du bist du ich bin abgehauen die anderen sind nicht bei uns ja auch nicht bei uns ich bin raus egal egal ich nimm es mit wir müssen jetzt aber zudem auch die anderen so weit weg hier passt so groß neue party in the house da kommen welche überall auf der straße nicht nicht zu viel zeigen einen 60er header bekommen den habe ich ausgenommen das sind mehrere teams naja das ist alles voll hier ich habe jetzt zwei leute aus unterschiedlichen teams getötet die letzten waren glaube es waren alle das aufregend wieder richtige showdown so in der knallt richtig ich erinnere mich an die mafie so in einer kleinen stadt pures chaos ja alle sterben und daraufhin ist es ruhig so war das bei der mafia so war das bei der mafia in die stadt auch im spiel war das so da war das leise ja keiner mehr im wort gesagt so hier gibt es übrigens den dursler zum kaufen wenn wir sagen ja durslerburger sind das ja durslerburgers 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 so wir müssen weitergehen hier unten ist noch ein stilltrank ich hab grüner her bei mir grüner her bei mir grüner her das war doch wieder action hier richtig krass drüben ja ich dachte dann nimmst du mit ja hab ich auch so ja äh gegner wir können aber hier bleiben gehen in deckung hinter der stadt äh westen oben auf dem berg dropp mal den stilltrank eben rechts von dir rechts von dir da das sind dann andere nochmal ja ich seh sie westen hinterm berg und direkt hinter der mauer da bei uns ihr müsst ihr müsst irgendwie anders noch in deckung gehen ich gehe oben aufs dach irgendwie im laden war das zweite team was von rechts kommt ich habe mich gedauert aber dann haben wir schon kannst du mich nicht pass schon pass schon pass schon pass schon er will mich finischen aber schafft es nicht hinter der mauer ist ein anderer rechts ist noch ein an dem an dem mustang hier da ja ja alle down zwar ein team äh ich brauch was zum bauern noch feuer du musst schnell aufheben alex wo seid ihr wo ist der zweite ich bin im laden ok da sieht man gar nicht zwischen den ganzen farben die hier drin sind das ist aber gut hier ein schlöfi schlöfi schlöf kunran schlöfi schlöf kunran schlöfi schlöf kunran schlöf kunran danke alex da hebst du mich gerade ab ne ich lass dich jetzt los Alex lässt dich liegen ne das würde ich ihm zutrauen blaue aeer liegt hier noch ey ne blaue aeer blaue aeer blaue aeer ist doch nietze ja ne grüne aeer ja boah mann war das wieder spannend ne für uns kaum halten grüne aeer liegt hier noch im blackprick da haben die echt versucht uns von hinten zu backstablen ich lach immer noch ja gut ich bin auch da angegangen ich sollte eigentlich small halten nein nein das ist auch ein teamspiel oh ne das war der soundeffekt lol hilfe hilfe ich hänge ne da wurde aber schon einer gebannt ich habe ich habe Alex ich habe gestern wie du gesehen da wurde einer gebannt wegen dem ich weiß nicht warum wo war der was war der er wurde gebannt echt ja er wurde gebannt ich kann dir das wieder schicken wett so andere sache wie viel kills habt ihr jetzt schon äh 3 0 da sind wir schon bei 9 ja also wir können auch hier den stress machen das war 5 hab ich kann doch nicht sein ist aber so Alex du magst vielleicht mit der AWP hier nicht schlecht sein main AWP ich bin main killer main killer ok verstehe das haus sieht ungelootet aus da unten hier gibt es doch wieder damage oder ja aber ich habe euch eine treppe gebaut bei mir ging er oh fuck weißt du wo unten es ist gut ich habe ihm das komplette Schild weggenommen und der killt mich oh Gott ne ich habe das Dach eingeschossen Alex und ich habe schon wieder einen ausgenockt weil main killer weil ich den schon wieder low gemacht habe also sieht gut aus lasst euch nicht wegnehmen es waren auf jeden Fall zwei oh Gott gut die waren gut ich habe nichts zum heilen ist aber erstmal egal die haben wir schon ja die haben wir schon der brauche ich auch nicht oh main sind die down oder alle einer einer fehlt noch da liegt eine Granate also einer wurde wahrscheinlich wieder aufgehoben hier du Arsch ich findest du ihm ja klar und der andere musste wieder aufgehoben worden das war in der Garage hinter der Tür noch also da wo sozusagen die Map noch ganz ist da war einer down der eine kommt zurück Vorsicht der war aggro ey das waren die aber der eine hat den echt aufgehoben was zum heilen juhu medikit liegt hier noch das ist noch besser ah ja dann nehme ich das medikit und du nimmst die Verbände kaputze ja ok äh zone erst oh leut lasst das ein loot bug gewesen sein loot bug oder ja ja denke nein ich kriege damage hast du jetzt mit dem Verbänd äh dings eigentlich ablegen müssen nochmal hast du die hat wer die Bandage mitgenommen ich hab die Bandagen hier ich hätte gerne eine Shotgun Muni von irgendeinem ich hab drei Schuss ja ich kann gleich gucken ich hab keine Shotgun von daher dankeschön Jones das reicht schon mal und wie viele AR Muni habt ihr habt ihr da ein paar 130 ja ich hab 20 ich hätte gerne was und dann müssen wir leider schon weiter gehen ja ich hab 66 ich kann dir 20 geben ne ich geb dir achso ich hab jetzt 47 40 also wenn noch einer ein bisschen mehr hat ja ich dropp dir wieder was was Alex nein das war die AR danke ich hab einen Sniper habt ihr noch Sniper Schüsse äh ja ich dropp 5 Schuss Alex da also danke ja passt 25 ja ok das ist mehr als ich äh sonst hab ich eigentlich nichts mehr was interessant ist weiter geht's Leute jetzt strengt euch mal an ist das schon das ist die Neujahrs Folge ne ja da sind wir jetzt schon neujahrs auf da drüben ist übrigens hoch geworden 120 es ist aufgeklappt das war bei mir auch so es war schon da ihr müsst da oben nicht rum schillen ne wir meinen jetzt erst wird getanzt wenn wir fast gewonnen haben achso also jetzt ne 36 Leute am Leben guck mal Alex einen Kill konntest du mir jetzt wieder abstauben weil der wurde wieder aufgehoben und der andere hat den Kill dafür bekommen dann ich hab zwei Kills gemacht ja kunden dran der war nämlich Ulo war der der hat den das komplette Schuld weggenommen gleich mit der Sniper geht's ab ne die Zone ist noch nicht unterwegs woher wie weit ist denn die oh Gott jetzt ist der Übelz weit weg ja deswegen na geht aber wir bewegen uns ja auf die kurze Seite zu uuuh bitte kein Damage ok ja ja avp main bin ich ich hab leider keine Granaten mehr die Granaten sind zu gut in dem Spiel ey kann man so schön werfen so richtig du guckst halt auch in den Himmel wenn du die wirbst weißt du richtig Kobe mäßig ja dann wo sie landen ui ja schaffen wir diesmal aber die töten alle so zu viele so airdropfen ja aber wir kriegen keine Kills da ist einer gestorben seit gerade eben zwei oh so immer mehr sterben manche Objekte sehen echt aus als ob die gerade gebaut werden wenn die so auf ähm ne oh close bei mir äh 30 jo hat 35 von mir bekommen oh da kommen dann die Nachzügler kommen also sein Team kommt noch selbe Stelle von links ja drei Stück also ist noch ein ganzes Team sind jetzt relativ nah von dran naja ja da hinten 31er Schild Hit schön einer rennt weg von denen ok lass mal die wir haben beschossen glaube ich ja die haben ein anderes Team noch im Close Combat aber von wo ey 35er Schild was ist mit dem Baum Alter ist das ein Mammut 35er normal Hit äh Zone kommt wir sollten laufen ich will eigentlich nicht noch mehr Damage kriegen wenn ich ehrlich bin ich bin ja rechts dann einmal lang ne ja wir haben da eben ein Schuss von denen ja da kam ein Schuss äh nein das war kein Schuss der hat den Airdropper geöffnet ah loll ja so ja die laufen halt auch noch fein da lang sind schon weiter vorne wer auch immer geworfen hat ich hab die geworfen achso ich hab die geworfen loll das sind zwei drei Teams oder so die kämpfen einer ist vor uns Osten ist da den hab ich einer ist vor uns Osten close ist jetzt drin ist doch nicht also so ein Geheimagent da ist ne Kammer er kommt da nicht raus da ist ne Kammer der ist hier hinter der Wand achso ist doch ne Scheune okay hab ihn ähm in der Dings sorry Bro äh 105 haben die Massen dann jetzt schon gefressen verbagtes Medikit hier drin einer von euch ich hab's ich hab's alles gut was ist mit den Leuten von hinter uns was ist mit den Leuten von hinter uns Einen hab ich da von einer da ist gerade gestorben den hatte ich nämlich gedowned Wunder ich hab uns eingebaut nicht wundern einer draußen down einer angeschossen hat ein Schild ja der hat mit nem Schild nämlich auch nochmal getroffen okay ah very close down sollen wir nochmal kurz rausrennen ne nicht rausrennen der ist unter mir am Baum der muss hier vor mir sein äh ne 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 da oh da komm seh ich leider nicht kommst du dir da los nein ich bin da ich bin hier oben erstmal sicher darf ich bitte springen danke warum piekt der Typ dann nicht Raketen aber nicht zu uns wo ist der Typ denn hin von uns ich werde wieder beschossen ah fuck will ich nicht nein nein sind zu viele okay danke der ist weg der ist weg was meinst du sind zu viele ähm wir haben auch noch viele gegner die uns sehen und es macht schon ein bisschen schaden draußen ähm wir müssen übrigens mega weit laufen ja wir müssen laufen auch richtig weit leute was jetzt hier eigentlich mit den gegnern laufen die leben noch die leben noch aber laufen wir gucken auch gerade raus ich kann nichts mehr bauen das ist schlecht komm 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 ich hab auch nichts zum bauen ohne kommt jetzt gleich ne oh gott lass ich nicht snipe einer rennt da vorne es hat nicht einer zufälligen jump pad oder ne nein wir müssen laufen 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 jump pad wäre echt schön gewesen muss ich sagen ich bin es nice gefunden Leute ich werde so gestern je sterben werde ich wie kommen wir denn jetzt noch nach vorne guck mal nach hinten zwischendurch ja ich will ne wand bauen Alex ist manchmal was ist das da kommen ja doch welche es sind doch nicht alle durch die rennen glaube ich auch ich glaube ich habe was gesehen was sie rennen in die zone schaffen wir es glaube ich noch ja ich sehe sie rennen da bauen sie schon welche hoch um uns abzufangen niki bush am arsch alter ja der war ein busch noch auf uns gesnipet also der musste ich habe einen gedau'n davon ich habe genug zum bauen jetzt war da oben Dalu ja ja ich habe es gesehen wenn du gedau'n du warst der einzige der gesehen hat oder ja unten waren auch noch zwei du kannst bei mir mit hoch öhm Osten sind 60 dann übelts wieder oh lord bei mir oben 35er Schild auch scheiße das gefällt mir nicht ich habe nur noch 11 AR Moni da oben bist du bei uns einer drauf da so ja die sind oben bei uns Alex links Granaten Raketen von links Racketen von links hab den gedau'n der Granaten geschossen hat dein mate kommt grad rein hab den gekillt also gedau'nt auch was ist mit denen über also gegenüber von uns einfach die machen noch nichts ich habe nur Granaten beide tot beide tot außerhalb der zone da lebt aber noch einer von denen ja der baut er gerade oder ja gegenüber von uns in der steinfestung sind wir die werden beschossen ich mach auf da fehlt einer scheiße wo ist der hier das ist total verwinkelt hier gebaut kann auch oben sein ne er hat sich gerade runter hier bei mir der baut genau hier hinter wo ich bin ja ich seh'n ich seh'n er slow er slow er 76 damage hat er bekommen jump pad ich muss jump pad ich brauch Heilung unbedingt sofort weil die zone kommt gleich ich hab noch eine Bandate alles gut das jump pad Alex medikit nee passt ich hab äh okay ah nein ich hab's wieder aufgehoben Alex hat das jump pad okay medikit hast du Alex der was der medikit hat Kunar noch gedroppt ja ich ich hab's aufgehoben ich dropp's wieder ähm da ist ein Raketenwerfer okay jetzt chillen wir froh's neues Leute froh's neues Leute sind die letzten Gegner vielleicht ne oh Ben ich hab noch 162 Steinen okay ich bin ready die bauen eine feste oder die wollen sich die airdrops holen ich hab'n jump pad machen wir auf geht's auf geht's ich bin noch nicht da was neuuu wir sind mit den airdrops beschäftigt wir sind mit den airdrops beschäftigt ha 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 Ah, ich hab 10. Und ihr? 6, 8, 14, 24. Okay, war nicht schlecht, Leute. Die neue Jahre mit einer richtig geilen Runde eingeleitet. Lasst gerne einen Like da. Schreibt mir eine Folge, bis dann was Gutes. Tschau.